Können wir mal bitte kurz über Smile reden? Eieieiei, der ist jetzt jedenfalls neu auf Netflix und ist direkt auf Platz 1 eingestiegen. Fangen wir doch erstmal vorne an. Worum geht's? Eine Psychologin wird Zeugen einer, ich würde mal sagen, traumatischen Aktion einer Patientin und plötzlich passieren ganz komische Dinge in ihrem Leben. Direkt zu Beginn, also das ist ein Horrorfilm. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das der richtige Film für euch ist, ich würde sagen, guckt die ersten 13 Minuten, danach weiß man schon ziemlich genau, in welche Richtung das geht. Was ist das Prägnanteste, was mir von dem ganzen Film hängen geblieben ist? Ich würde mal sagen, wir sehen mehr oder weniger glückliche Menschen, die mehr oder weniger glücklich grinsen. Smile spielt extrem mit der Psyche der Hauptdarstellerin und dadurch spielt der Film halt auch extrem mit unserer Psyche. Die Hauptrolle schafft es auch tatsächlich, dass man während des ganzen Films emotional mit ihr mitgeht und wirklich Mitgefühl entwickelt. Ich will nicht spoilern, aber es gibt eine Szene, ich würde mal sagen, dass, also wenn ihr da draußen Tiere mögt, ja, dann ist das schon sehr belastend für euch. Trotz der positiven Aspekte gibt es aber auch Momente, wo ich sage, das ist schon ein bisschen quatschig. Das ist schon ein bisschen viel CGI und das ist schon ein bisschen doll übertrieben. Ich denke da besonders an das Ende von dem Film. Wobei es auch da einen Moment gibt, wo, ne, in, ne, ne, darf halt nichts verraten, aber das war schon ziemlich cool. Als Smile in den Kinos gestartet ist, hat man gesagt, das ist der krasseste Horrorfilm ever. Es gab auf Social Media Videos, wo die Leute reihenweise aus dem Kino gerannt sind. Jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, würde ich sagen, sehr gute Marketing-Taktik, weil das kann nur Marketing gewesen sein, weil so gut ist er jetzt auch nicht. Es ist also nicht der krasseste Horrorfilm und deswegen denke ich mir, auch wenn ihr Horrorfilm-Neulinge seid, der könnte euch Spaß machen. Wie viele Punkte gebe ich dem Film? Sechs. Sechs von zehn Punkten.